Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Also vorab, ich bin eigentlich echt scheiße als Killer, aber diesmal Rollenwechsel, ich spiele als Killer. Und zwar ist die Krankenschwester, die sich teleportieren kann. Aber die Map ist glaube ich echt kacke für die Frau. Oh. Ja. Nicht so toll. Oh, wo ist er? Da lang. Bleib stehen. Bleib stehen. Jawoll. Läuft er richtig gut. Erstmal checken, wo sind Haken. Na gut, hier sind immer die Haken ein bisschen kompliziert. Oh, ich glaube, da habe ich relativ Glück. Hier in der Ecke ein Haken ist und... Jawoll. Dann machen wir mal den mal kaputt. Dann rennen wir mal zum nächsten Generator, schauen wir, was das abgeht. Oh. Wir schreiten da so. Wir schreiten da so. Uh. Alles klar. Hier ist alles voll gerannt. Perfekt. Da hin. Oh, die eine ist schon tot. Alles klar. Da hat sie versucht, selbst zu befreien. Ach. Ach, wo war denn der Generator, den sie machen wollte? Ich glaube, das war der hier, oder? Ja. Den können wir erstmal beschädigen. So. Hallo. Ich sehe nichts. Bleib du mal stehen. Wo bist denn du? Nein. Komm, alles klar. Ich dachte, die laufen mir in die Arme, aber... Wahrscheinlich mal nicht so. Okay, jetzt hat sie eine Palette umgeschmissen. Nein. Jawoll, habe ich dir erwischt? Ja, Mann. Geile Scheiß. Einmal klettern, aufheben. Und nochmal schauen, wo der nächste Haken ist. Bitte seiner, bitte seiner. Da kommt er da. Sicherheitshaken nochmal... Hüppelt sich da? Gut. Da ist anscheinend nichts. Ach, die haben ein Generator schon fertig. Da geht nicht... Zimmer. Geht's aber. Möchtest du dich nicht heilen, oder so? Oh, das war echt scheiße. Okay, das war echt scheiße. Aber ich sehe es ja noch, ich sehe es ja noch. Hallo. Ja, wirklich. So, nicht meine Freundchen. Wo ist er denn? Blenden kannst du wen anders. Die muss ich jetzt aber verwecken, ehrlich. Blöde ist, hier ist echt kein Hakenkater. Nee, da hat es ja richtig Glück gehabt. Obwohl, ich könnte in den Keller gehen. Das wäre natürlich ein mega Vorteil. Ja, geil. Aber die ist eh tote. Normal. Aber die haben schon zwei Haken. Das ist mein Problem. Hä, was war das? Grüß Gott. Also, wie läuft da lang? Mhm. Die ist da lang gelaufen. Die ist dann hier raus gelaufen. Hier lang gelaufen. Die ist gut. Die ist nicht schlecht. Ach, hier geht's nach oben. Wow. Das war zu weit. Lol. Okay, das war voll verkackt. Ja, mit den Stockwerken, Tilpion, das habe ich nicht so. Ich check mal lieber die Generatoren nochmal. Die lenken mich zu sehr ab. Da läuft nichts. Ey, den da, ey. Den macht sie doch die ganze Zeit. Ich dachte, das ist das Rammstein-Logo. Hä? Hinter mir? Lol. Nein, 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 nein. Komm, du kannst doch nicht stehen bleiben. Tja, das war ein Fehler, meine F... Also, einmal habe ich sie erwischt. Das ist schon mal sehr gut. Ey, jetzt ist sie weg, oder? So. Dich habe ich auch einmal erwischt. Ja, so ein enges Gebäude ist so schlimm, weil das so verwinkelt ist. Echt nicht leicht. Oh, da guckt er ihn an. Tja, meine Freundchen, ne? Da wollte die andere dich noch ablenken, aber... Hat nicht geklappt. Hey, hörst du auf zu wickeln. Furchtbar mit dir. Hörst du jetzt auf zu wickeln, dass das so schwer ist, grad mit? Ihr schafft es noch? Nein, ich will nicht, dass ihr es schafft. Ach, ganz so dank. So. Die hat den Motor gemacht. Nein. Wenn ich sie verfolge, kann sie die anderen nicht... ...fetten. Das ist das Schöne. Nein. Nein. Mist. Okay, das war jetzt echt... Ah, okay, jetzt hat sie sie verraten. Tjo. Ich kann mich teleportieren, da wartet man nicht vor dem Fenster. Schlau wie Schlumpf. Ja, die einzige Möglichkeit ist, dass die andere sich noch irgendwie von alleine rettet. Ansonsten... Ich kann ihn durch... Oh, hier war die Luke, meine Freundin. So. Und jetzt... ...warten wir. Vielleicht schafft es eines, sich selber zu retten, aber... Und? Schafft es es? Lull. Alles klar. Alles klar. Okay, das war jetzt ein bisschen assig von mir, aber... Ich hätte es nicht gedacht, dass er es schafft. Jetzt schafft es es aber nicht. Sollen wir uns abends schauen? Schön lange, lange, lange... Oh, warte. Nein, 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 nein. Ich könnte ja noch theoretisch... Weil die verreckt. Dann kann ich den Mutter noch beschädigen. Einfach nur aus Gaudi. Zack. Die stirbt. Die andere ist schon tot. Das war aber eine gute Runde als Krankenschwester. So eine Runde hat man nicht häufig, muss ich dazu sagen. Warum kämpft der eigentlich noch? Ich verstehe das nicht so ganz. Das wäre jetzt so der Clou, wenn die es echt rau nochmal runter schafft und dann in die Luke springen kann. Holy shit. Aber... Niemand ist entkommen. Ja. So, Mädels. War... War okay. Naja, war schön. War eine schöne Runde. Ich kann mich nicht beschweren. Muss ich ehrlich sagen. Ich spiele sehr, 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 sehr selten. Eigentlich wirklich nie als Killer. Dann durch die Krankenschwester ist noch eine Herausforderung. Ähm, und... Was soll ich sagen? Ich kann mich nicht mehr kommen. Aber hin und wieder vielleicht mal so eine Runde als Killer. Oder wenn es mal wirklich wieder zusammenkommt mit den anderen. Äh, als Überlebende. Aber in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und... Ciao. 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 Vielen Dank.